Ich sah das Vortail, dachte, was für eine Kacke Ich hab nachgerechnet, locker 50% tragen Maske Doch warte, 100 Euro kann ich dadurch machen Und das nur um ein paar Wack-MC's komplett wegzuklatschen Darf ich vorstellen, ich bin's gleich, das ist schon ein True Und mir gewann, Rassadin, Hibbein, in der ADV Bekannt, okay, bekannt vielleicht nicht Aber das ist mir jetzt egal, muss ich da auch gar nicht Ich weiß, ich fang da auch gerade erst an Doch zurück zum Vortail, ich mein, was ist'n das für'n Kacke Gute Rapper finden, wird dann schon ziemlich knack Ich mein, hier gilt man schon als gut, wenn man echt zählen Dislikes hat auch Brillenträger Nummer 3, hat es mit den Klicks geschafft Dieser Venom schon echt lächerlich, guckt ihn euch doch an Nur vor Ali mit dem Twinermesser hab ich bisschen Angst Der zweite Sposs hat das Masken-Rap im Namen Immerhin konnte Masken-Rapper, eins die meisten Dislikes knacken Lenny will extra den hässlichsten Visualizer einreichen Und Anumsname passt, denn sein Name kann man streichen Dieser Sashinio so ernst, das hab ich nicht kapiert Und so ne Teilnahme so'n Typ, der gegen Maverick verliert, ja Und so weiter Wieftig ist das für? Also, es gilt für ValerBB Nazi-Fice